der zieht er einfach mal ab und dann passt das ding auch noch unfassbar hier noch mal der treffer in der wiederholung und den wollte er natürlich genau so machen klasse tor da grätscht er voll in den mann riskante aktion keine andere option für den referee gute chance für den keeper sie sind jetzt also in führung 1 0 gibt es jetzt die gelegenheit was für ein schuss ein traumtor das ist die gelegenheit zum kontert schöner steifers guter steil flanke kommt neymar das tor wird hier